Eliminiert jeden Division Agent ohne zu zögern. Gehen wir ein wenig weg, denn da ist immer so ein Mikrofon-Dreck. Aber hinter uns ist schon wieder ein Gegner, wenn du noch weiter gehst. Ja, dann stellen wir uns da her. Die stellen uns da her. Ja, eine Grundfahrt, eine, sag mal was, los, fang mal an hier. Okay. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play The Division 2. Dabei ist unser Ranger Daddy HGA. Hallo, grüß dich. Dann ist auch dabei unser wilder Westen-Cowboy Rob von Absturz Zockt. Howdy, Partner. Ja, und meine Wenigkeit Sexy Cop. Ja. Genau. Kennt ihr das eigentlich zu Fasching? Verkleidet sich eine Frau zu Fasching als Katze? Das ist sie eine sexy Katze. Verkleidet sich sie als Krankenschwester? Das ist sie eine sexy Krankenschwester. Ja? Das stimmt. So. Wo ich die Point test? Kommt noch jemand raus? Nee, das war's. Das ist immer irgendwie nötig. So, Federal Trial! Ja, mach ich jetzt gleich mal hin, ja. Ja. Unsere Mission für heute sind wir gegen zum? Und dann wollen wir uns auf den Weg machen zu einer Nebenmission und dann zur Hauptmission. Aber ob wir das alles in einer Folge schaffen, ist die große Frage. Das ist fraglich. Ja. Ja. Na, das ist ein Let's Play, dann gibt's halt noch ne Folge, ne? Nö. Nö. Ich wollte jetzt eigentlich nur, äh, ein paar Folgen machen und dann wollte ich aufhören. Ja, ne? Nur angespielt. Ja. Ich weiß, was ich machen wollte. Ich muss meine Waffe wechseln. Ich raste komplett aus. Oh, ich muss nachwarten. Okay. Ahem, Entschuldigung. Alles gut. Ich hab mich, ich hab mich wieder unter Kontrolle. Nee, du, du darfst das. Also irgendwie mein Fragezeichen weiß ich, wo es hin will. Ach so, ja, jetzt nehmen wir wieder Zug, da, ne? Ja. Entschuldigung. Ja? Ich hab ja aus Versehen einen Nebeneinsatz gestartet. Kommt mal mit. Entschuldigung. Na, dann müssen wir mitgehen. Ach, ein SHD-Behärter. Ja. Ja. Irgendwie müssen wir da rein. Irgendwie. Alter, da ist Pflanz, da. Ich hab's ja Kartoffel-Lampen. Das ist ne gute Frage. Was seid denn ihr? Seid ihr da streiten, ne? Na, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Wie kommen wir denn da rein? Ich sehe überhaupt nix. Eingang erreicht. Ach, ich sehe, was mein... Hier oben Eingang, Eingang erreichen. Steht hier oben. Was? Ich will den Nebeneingang erreichen. Der ist bestimmt hier. Auf der Seite. Ja. Und der ist bestimmt, äh... Bestimmt bewacht. Bestimmt bewacht. Nebeneingang. Nebeneingang. 40 Meter. Hier ist grüne Farbe herangeschmiert. Hier geht's rein. Äh. So. Moment, ich muss schnell Waffen wechseln. Was? Bei mir hat schon die Action-Musik angefangen. Da musst du nicht rein, Rainer. Warte, wir haben Daddy verloren, Rob. Was? Also, nicht verloren, aber der steht noch hier draußen. Naja, klar. Moment. Ich hab' gesagt, Moment. Scheiße. Alles gut, ist noch kein Gegner hier. Gut. Du brauchst Munition zum Plünder. Moment, Moment. Hör, dann nehme ich mal gleich. So. War hübsch. So. Komm, wir schauen. Hast du wieder was kaputt gemacht, Anna? Nein. Aber ich mach den Fernseher hier nicht. Wo ist die Munition? Ist ich keine. Nein. Hä? Ja. Hier, hier steht eine blaue Kiste, die hier. Ah, da. Na, da draußen, aber klar. Gut. Da bin ich voll. Geht schon. So. Wo sind die Ratten? Da. Uff, jetzt. Oh, Scharfschütze ist schon mal da hinten. Wo? Irgendwie so Wahnsinn. Na, ganz hinten. Ah, neke, musst du dich um Scharfschützen, ja? Ist weg. Okay, super. Aber. Da kommt jemand. Ich will das ausprobieren. Ich hab dir noch was geholt. Was hast du nur geholt? Eine Suchermine. Eine Suchermine, ach wie geil. Alter! Okay. Hier hat's geknallt bei mir. Oha. Mist. Wo denn? Von wo denn? Da hinten ist noch einer. Weißt du was? Ha? Ja. Gehst du hin? Achso, geschützt, ne? Oh, Granatwerfer. Da. Ist die down? Da unten ist noch einer, ne? Ne, andere Seite. Scharfschütze. Oho. Alter, ich geh kaputt. Irgendwas hat hier noch den Granatwerfer, Leute. Der, die rechts kommt einer auf dich zu. Ja. Nur Scharfschütze ist weg. Oho. Down. Oh, da unten. Ah, ich seh das. Ne. Oh. Na? Na, ich muss nachladen. Nichts gibt's. Du bleibst offen. Irgendwo ist noch einer mit dem Granatwerfer. Ich seh den nicht. Ja, ich such den mal. Ja. Kommen die Granaten von unten, oder? Hier ist er. Was noch? Ja. Da hinten. Kleine Ratte. Du boah, grüner Lutwo. Ach, da ist er. Äh, äh, Leute. Von hinten. Irgendwie. Was? Wenn ich auf die Karte guck. Oh ja. Von hier unten. Von unten, denk ich mal. Ja, unten. Mist. Anne, Lila? Wo ist denn der? Oh oh. Hinter mir. Da unten, ja. So. Ohne was? Weg. Achtung, da hinter dir ist noch jemand, die da ist. Okay, ist weg. Da unten ist unser Suchgegenstand, ne? Jo. Mhm. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Diesmal ohne zu sterben, ne? Oh, sag's nicht zu laut. Sag's nicht zu laut. Ja. Ja, diesmal ohne zu sterben. Für alle. Kritiker. Die es jetzt noch nicht gehört haben. Die sind nicht gestorben. Gestorben mit langen U. Gestirbt. Gestirbt. Okay, ich geh mal hier an das Fragezeichen, ne? Oder habt ihr das schon? Ne. Ich geh mal hin. Wie ist es gar nicht mehr da? Ach doch, da. Hier muss irgendwas sein. Hier muss irgendwo die SAD-Technologie sein. So war unser Loop da, ja? Genau. Oder ist das hier nur eine Suchzone? Ob es eventuell sein könnte? Hier, hier. Ich hab was gefunden, Leute. Hier. 21 Komponenten hab ich hier gefunden. Äh, hier ist auch was? Hier hinten bei mir, bei mir sind auch 21 Komponenten. Sehr schön. Das sind bestimmt die Komponenten. Die müssen wir alle mitnehmen. Ach, wir müssen einen Kellereingang lokalisieren. Ach so. Und der ist hier, der Kellereingang. Wir müssen das hier bestimmt irgendwie... Weckrotzen, oder? Mhm, aufmachen. Oder? Die Store kehrt irgendwie weg, Zong. Kellereingang lokalisieren. Komisch ist nur, dass hier die Tür, ne? Ja. Die Tür, oder? Oder bauen wir einen Schließer, oder was, ne? Jo, hab's. Ja, sehr gut. Ich hab' den Schließer. Bei mir wurde gesperrt. Ne, ich hatte vielleicht irgendwo einen Code. Ich hatte mein Code auch mal angehalten. Na, sehr gut. Okay. Gut'n Code. Ja, ist nur der gute Code, ne? Nur der gute Code. Nur der gute Code. Rettet uns aus der Note. Wartet mal, hier gibt's auch noch einen. Ja. Code eingeben, hab ich gesehen. Ja. Ja, plündern. Einmal Elektronik. Oh, Elektronik. Elektronik Partner, ja. Leute, 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 Leute. Leute, Leute, Leute. Leute, 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 Leute. Leute, Leute, Leute. Okay. Ich brech mal hier auf. Ja, brech mal drunter. Mach das. Ich mach's aber nicht weg. Okay. So. Ey. Moin. Ach. Oh. Pam. Pam. Gleich direkt ganz runter. Wie so'n fetter Elefant, der einfach hier runterfällt. Ja, ne? Okay, hier gibt's bestimmt Action. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Zugang zum Labor. Ich mach mal. Jo, mach mal. So. Oh. Toll, sind wir hier verwirrt? Wir sind verwirrt. Ha. Ha. Oh toll. Sie werden Strom brauchen, um ins Labor zu gelangen. Es muss irgendwo eine Notstromversorgung geben. So müssen Sie danach. Das Lustige ist, die wissen natürlich alle Bescheid, aber selber mal... Selber mal hierher gehen, ne? Ja. Ich frag, die waren überhaupt lebensfähig vor uns. Ja. Ja, guck mal, da kommen drei neue. Die lassen wir unseren ganzen Scheiß machen. Ja. Ja. Ratten. So, da hinten, da muss wieder Kot eingegeben werden, aber hier ist noch Loot. Oh, jetzt wird's dunkel. Wo ist Loot? Hier in der Ecke. Ja. Hier, Rob, zurück. Ja, komm, 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 komm. Ja, weil... Eine Konserve. Der Dieb ist noch da? Ja. Daddy lootet alles. Wir schauen noch, ob da hinten was gibt's. Daddy ist nicht im Blutrausch, sondern im Lootrausch. Ja, Daddy ist im Lootrausch. Ja, Daddy ist im Lootrausch. Der Lootinator. Boah, ich musste das engst alles mal aufschreiben, weißt er? Die ganzen Sprüche? Ne, wie ich die Folge nenne. Folge Nummer drei. Im Lootrausch. So. Sonst vergesse ich das doch alles. So, warte, Labor lüften muss ich jetzt, ha? Ja, hast du zu viel Kot rumgeschmiert. Während ihr hier euer Zeug macht mit Aufschreiben und Looten, kümmere ich mich um die komplette Mission. Hä? Ach ja, du kleiner Labersack. Geht überhaupt nicht. So, ich werde mal das Labor lüften. Ich stinkt hier drinnen nach Selbstüberzeugung. Nach kurz. Gut gemacht. Jetzt sollten Sie den Behälter lagen können. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, na, supi. Toll hast du es gemacht. Die Klifte mal. Ja, tut mir leid. Dann räume ich eben auch gleich mal mit ihr auf. Oh, episches Wortspiel. Episches Wortspiel. Anna, hast du es aufgeschrieben? Nein. So, ihr raten. Fress Pulverschnee. Ja, wenn der Brune fährt, fährt gerade hinten rum. Weiß nicht, was du machst, aber. Ja, wir sind der Ektor. Oh, oh. Auto. Danke. Spitzeng. Nachgeladen. Jawoll. 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 Ein Lilater steht noch. Jawoll, Mann. Totale Eskalation. Totale Eskalation. Aber hier sind noch Gegner angezeigt. Die kommen jetzt durch die Tür. Ein gelber! Ohne ist das Drohnen, können wir uns nicht rum? Ohne ist der Drohne, können wir uns doch rum? Ohne ist der Drohnen, können wir uns doch rum? die Drohne fährt zum, äh, meine Suche mit der Orangen. Wah, brenne! Wah, Gott. Muss mich kurz mal reparieren. Ja, Junge, komm da. Jo, 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 jo. Komm, den pflück mal doch auseinander. Aua. Muss mich heilen. Gut. Jo, ich auch. Alles klar. Alter, okay, ich brenne. Brenne! Achtung noch, Alter. Ich hab nix mehr zum heilen und bin noch mal erholpert. Boah, schon wieder so'n Auto. Geh kaputt. Ich hör schon wieder so'n Auto kommen. Mir reicht jetzt mit der hier, die die Autos los schickt. Boah! Auto, Auto! Auto? So ne alte Kackbratze, die ist hier hinten, die rennt hier hinten rum. Ja, hab ich. Hast du die Kackbratze, ja? Den fetten habe ich. Oh, die fetter. Oh, ich bin vor's Tee. Die Kackbratze steht noch hier. Ja. Oh, natürlich ausgeschwitzt noch Leute. So, Anne, ja, ehrlich mal. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Mein Gott. Oh, Achtung noch, Achtung, ich isser noch irgendwo. Oder? Ja, schön was. Irgendwo ist noch ein Gegner. Der ist aber wieder von Norden. Ja. Okay, hier, 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 hier! Hier! Hier ist doch so ne alte Kackbratze. Ist sie versteckt? Ich muss da auch noch mal rein. Ratte! Ah! Mein Gott! Nö, da hat's das boah jetzt, ne? Boah, Pullen, öffnen wir jetzt. Schade Eskalation. Musste ja alles mal gesorgt werden. So. Wir müssen unsere Aggressionen frei laufen. Einseits abgeschlossen. Zurück damit zur Basis. Ja. Okay. So, hab alles. Äh, ja. Ich glaube zumindest, ich hab alles. Ich denke, wir haben alles, ja. Ja, ne? Ja. Ja. Ich glaube ja. Okay, na dann. Das war jetzt ein ganz schöner Kram. Ich guck mal, wo die jetzt herkamen. Achso, da geht's doch wieder raus. Aber wir sind nicht gestorben. Ja. Wir sind nicht gestorben. Wir sind nicht gestorben. So. Muss man ja, ne? Ja, muss man auch mal sagen. Also. Mal wieder betonen. Betonung auf nicht gestorben. Oh. Äh, Anne? Betonung auf gestorben, ja? Ja. Sag grad ein bisschen komisch aus. Hast du, hast du gespannt? Ne, ein bisschen ge-, also irgendwie hattest du auf einmal einen Cowboyhut und einen Bart. Fusion. So. Mal noch eine Dose mit über mir. Das geht doch nicht über Neckredose. Ja, das geht doch nicht über Neckredose. Ja, das geht doch nicht über Neckredose. Wir sind seit 10.000 Stunden. Pipsi. Gute Pipsi oder ne Nota-Cola. Kann man sich auch mal mitnehmen? Äh, klar kommst du raus, gleich wieder Feinde. Achso, wir habt ihr wieder Party? Ja, hier ist schon wieder rot gekennzeichnet und alles hinter uns. Schau mal da. Ja, auch mal dumm. Ach. Lieber Heu. Ach, entschuldige. Warte, ich geh mal meine Suchmine hin. Achtung, was auch. Genau. Macht's Pam? Hahaha. Oh, Achtung, da ist wieder ein WLAN, eine WLAN drauf. Ja. Ja, kümmert sich drum. Weiß noch was denn schon so ist. Tak. Na, rollen wir doch schön auf jetzt. Ja, das war's. War's schon, ne? Jo. Okay. So, was haben wir denn jetzt auf der Karte? Ja, auf der Karte haben wir jetzt, äh, unseren Nebeneinsatz würd ich sagen, ne? Richtig. Das Fragezeichen. Das Fragezeichen. Das Fragezeichen vor uns, weil wir wollten ja dort hin und dann... Richtig. Hat doch die Lebewesen wieder was gestattet gemacht. Genau. Ja, dieser Haube, äh, schuldig. Propaganda-Sendung in 15 Metern. Das ist unser Fragezeichen. Genau. Da müssen wir hin. Na dann. So, ich renne jetzt mal ein bisschen, dass wir hier mal ein bisschen Eingang machen. Dass wir fehlend auskommen, ne? Hat du links ein Gegner? Links ein Gegner? Na, geradeaus Gegner. Iger, rechts, wieder. Ciao. Ah, lade nach. So. Ich hab das Geschütze eigentlich mal jetzt ein bisschen erhöht, positioniert. Hupala. Da. Was sind die denn? Oh. Hör doch mal stehen. Oh, komm. Oh, komm! Oh. Oh, komm. Oh, komm, komm. Oh, komm. Und komm, komm. Oh, komm. weiter geht's hier ach so, Daddy ist dein Geschütz, Gott sei Dank Gott, voll erschrocken so, ich hab mal die Lautsprecherüberprüfung gestartet ja oh, von hinten, von hinten, von hinten was, 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 von hinten von hinten also Holländer ah, von überall okay alter verdammt, Leute Leute, ich bin down, verdammt nein Mist ja, kommt noch so ein Auto gefahren hier ich krieche mal weg, ich krieche mal ein bisschen weg Daddy, pass auf, hier ist ein Auto neben mir Gott, du schießt da die Belebungsdrohne hin okay, danke sehr gut das will ich jetzt endlich ausprobieren, aber es hat eh funktioniert, oder? oder muss ich drücken, oder? oder muss ich drücken, oder? oder muss ich drücken, oder? warte mal, ja, 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 so geht das äh, ja, bin tot na, so geht das nicht ach so, das äh äh okay okay Achtung Achtung, 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 Leute mach's weg, Anne ich hab's ja gemacht, aber ich glaub, es war zu spät wenn ich, wenn ich's hinwirf und wenn ich drückt, zerstöre ich es ja wieder wie soll ich drücken? Alter, das war geil jetzt jawohl, danke, Daddy na, aber ich hab's schon mal hingeworfen richtig na, aber ich muss nur schauen, wie's aktiviert mit der Strom, waaah Anne, wo bist du, wer hat den Schuss? da oben, auf'n Dach auf'n Dach, da sieht ich über das Dach na, oben auf'm Autodach Na, da der ikhmust durch Strom, ich faço mal hier die Lautsprecher nur ja, ja, kann mich mal jemanden wiederholen? ach so, du liegst, ja? warte ja, das Toil ist ein Auto wo ist das Auto? Ah, na, erledigt Ja, da war so eine wieder eine Frau. Ja, da war so eine Dusse. Kommen wir übrigens schon die nächsten gerannt an. Also ich glaube, du bist wieder... Aber das war so geil. Ich belebe dich wieder. Bumm. Bist tot. Ja, das war cool. Ich glaube, die falsche Taste war das. Ich kann es immer nur testen, wann... wann wer am Boden liegt. Jetzt haben wir gedacht, jetzt kann ich endlich testen. Da kommen sie. Da sind sie. Ja. Ich sehe nämlich gerade kommen. Ja, da hinten, da hinten rennt rum. Lautsprecher überbrückt. Ah, wir müssen das überleben, oder was? Ja. Oh. Ich hab geschütztes platziert. Geschütztes platziert. Die zieht sich ein bisschen zurück. Wo sind die Rate hier? Sehr gut. Hey, woher die die denn sind? Wo sind die? Bei dir, bei dir. Bei dir bin bei dir. Bei dir bin bei dir. Ah, ja, weil da drüben sind Gegner. Die haben wir da. So. Ja. Wo ist er nicht, oder? Ja, ich bin extra hinter uns. Also, ich gucke immer hinter uns, aber da ist er. Ich sehe nichts. Das ist eine Propagandasendung. Laut Zugangsschlüssel verwenden. Okay, zu irgendwas hätten wir jetzt den Zugangsschlüssel. Aber wir fährt ein Auto rum, ne? Hört ihr das? Ne, das ist meine Drohne. Achso, Gott. Gott sei Dank. Ja, wo müssen wir den Zugangsschlüssel jetzt verwenden? Ja, das war ja da irgendwo das. Oh, hier ist noch einer. Guck mal da. Ja. Ach, da. Pam. Da war einer. Kleine Ratte. Und jetzt? Lautsprechüberbrücker. Das war dieser Sendeturm hier. Warte mal, ich gehe da noch mal hin. Ich gucke mir das noch mal an. Der Gerät. Ja, da war ich ja in meinem Menü. Waffe. Brauchen andere. Kann nicht sein, ne? Muss ja hier irgendwie gehen. Vielleicht auch eine andere. Hier ist ja noch so ein Lautsprecher. Hier ist nichts. Bei dir noch irgendwas? Ne, vielleicht, hier ist ja das Gebiet. Vielleicht ist links noch irgendwas. Weil das hier war die, der Lautsprecher hier. Ja, was ist das denn? Achso. Aber ich kann hier keinen Schlüssel verwenden. Zugangsschlüssel, also muss ja für irgendwas zu Zugang sein, ne? Zugangsschlüssel entdeckt. Ah. Sehr cool, Anne, sehr gut. Ja. Ich kann hier ein Echo wiederherstellen. Ja. Echo entdeckt. Zeig mal her, das Echo. Warte, warte, warte auf den Daddy. Moment, komm schon. Ich bin schon da, wieder alles okay mit den Wolfen. Wo sagt das? Aber ich glaube, das ist was anderes. Das ist jetzt was anderes, aber das ist bestimmt mal cool, das Echo. Ich habe den Zugangsschlüssel Hammer, den kann ich dann hingehen. Okay. Aber jetzt schauen wir uns erstmal das Echo an. Ich finde diese Übertragungen richtig cool. So, Daddy, Achtung. So, ja. Bei drei. Genau. Wo müssen wir drücken? Echo freigeschaltet. Danke für den Film, Manny. Klar doch, Tio. Kommst du zum Essen? Heute nicht. Ich treffe mich mit Kumpels der Nationalgarde. Die haben Angst, dass wir wegen der Quarantäne nach New York müssen. Oh, okay. Wir sehen das jetzt ja. Wir sehen das jetzt ja. Achso, jetzt sehen wir es. Okay. Erinnerst du dich an die Schweinegrippe? Reine Panikmache. Wirst schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollargrippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Y2K? Ah, du hast es wirklich drauf, dass man sich alt fühlt. Ich mach doch nur Spaß. Aber, ich weiß nicht. Das fühlt sich nicht so an, als würde es einfach verschwinden. Die Leute haben Angst. Und du weißt, was passiert, wenn die Leute Angst haben. Du machst dir zu viele Sorgen, Junge. Gib mir dein Portemonnaie. Ja. Zwing uns nicht, dir wehzutun. Vergiss es. Hättest es besser abgegeben, alter Mann. Hilfe! Kann wir helfen? Ruf den Notarzt! Wir brauchen Hilfe! Bitte. Bleib bei mir, Tio. Okay. Also, Manny Ortega. Den kennt ihr schon aus unserer Basis. Hat durch einen Angriff seinen Bruder verloren. Jetzt haben wir das Ganze hier nochmal gesehen. Traurig aber wahr. Jetzt geh ich mal hier den... Also, so auf offene Straße. Ja. Ich geh mal schnell den Propagandaschlüssel hier verwenden, ne? Jo. Den Zugangsschlüssel. Davos ist hier auch noch gesperrt im Federal Triangle. Im Federal Triangle? Ja. Warte mal, wo kann ich den denn verwenden? Propagandasendung. Wo ist die drinnen? Hier ist das orange Zeichen. Warte. Ach, rechts hier. Wo? Rechts, musst du mal gucken. Rechts, das orange Zeichen, ne? Oder? Also... Ist das das? Das ist das? Das ist das? Ne, das ist das. Das ist das. Ne, das ist das so. Ne, das ist das so. Ne, das glaube ich nicht. Ein Obermoppel ist das, glaube ich, oder? Propagandasendung. Ach, wir laufen jetzt wieder davon weg. Verdammt, was ist denn hier los? Ah, wir müssen nettotieren. Wir sind irgendwas überbrücken. Die Propagandasendung. Ich denke ja, die ganze Zeit in den Sendermast hier. Da wo die Lautsprecher dran sind. Da wo es jetzt immer wieder explodiert wird. Warte mal, müssen wir das vielleicht... ...verfurt machen? Ne, überbrücken. Ja. Warte mal, hier ist ein Kabel. Kabel. Die Kabel gehen hier hin, aber hier kann ich nichts machen. Wo ist ein Kabel? Ah, da ist ein Kabel, ja genau. Hm. Tja. Ähm. Ein Mysterium. Jaaaa. Kann auch nichts mit Viereck. Anne, du hast, hast du den Schlüssel aufgehoben? Ne. Zugangsschlüssel entdeckt, weil wir den noch gar nicht haben, oder? Lautsprachüberbrückung. Hier ist schon wieder noch irgendwas. Wann haben wir denn den Zugangsschlüssel entdeckt? Ich war auch verrückt. Wir sind ja in dem Moment... Haben wir schließlich überhaupt schon, oder? Wir sind ja überall rumgegangen, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Gut, äh, ein Mysterium. Gut, äh, okay. Na, wir machen mal weiter. Würde ich sagen. Ja. Da ist irgendwas zu looten, aber ich hab kein Blots mehr, glaube ich, für das. Audio. Propaganda. Da geht's her, vielleicht ist das das da, oder was? Ist das das Propaganda-Ding? Ja, das kann sein. Da steht was mit Propaganda. Rot. Bei mir. Ich hab's mitgenommen, auf jeden Fall. Kann das nicht nehmen. Kann's nur nicht abspielen. Ach, verdammt, mir reicht's. Weg hier. Okay. Gehen wir. Gehen wir. Wohin? Na, zum, zu der nächsten... Hauptmission, ne? Da ist ja schon wieder ein Fragezeichen. Ja, schon wieder ein Fragezeichen. Oder wie ist man zu dem nächsten Fragezeichen? Wir machen zum nächsten Fragezeichen. Wir arbeiten uns vor bis zur Hauptmission. Gehen wir, genau. Gehen wir zum nächsten Fragezeichen. Mysteriös. Hm, sehr mysteriös. Mysteriös. Weil ich hab auch, ehrlich, keine Ahnung. Wo Ahnung? Keine Ahnung. Wo Ahnung? Ko Ahnung. Ko Ahnung. Ko Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht. Ko Ahnung. Ko Ahnung. So, Anna! Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Wo ist ich jetzt wieder? Der Anna hasst sowas. Bist du im Kampf? Hast du wieder helfen? Nee, nee, nee. Ich hasse sowas, wenn man, wenn man dann nicht weiterkommt. Weil man eigentlich wieder einkommt. Ja, wenn man das machen will und das geht nicht, ja. Genau. Ja, ich mag es sowas. Ich mag es sowas. Feinde voraus. Glaube heute. Das offensichtliche Übersehen. Ja, ja. Ärger dich nicht an. Da geh mal offline noch, da geh mal offline nochmal hin an. Nee, ich spiel's nicht mehr weiter. Nee, das war's. Es reicht. Nein, wir sind auch schon wieder bei 29 Minuten. Da kommt das Fragezeichen, die muss ich auch noch machen hier. Ja, aber Täter fuhren kann man schon noch töten. Da öffentliche Hinrichtung. Da müssen wir wieder Leidler retten, ne? Achter, dann sind zwei Mod hier großer. Wieso schießt du dich nicht? Ah, jetzt. Oh, oh. Ich muss nachhaben. Komm her. Danke. Kein Ding. Oh, oh. Wo ist denn los? Ah, ah. Ach, hier drüben rennen sie rum. Gesundheit der Geisel ist kritisch. Ich wollte nicht, dass die Geisel stirbt hier. Die Geisel ist tot. Na klasse. Geschessen. War zu spät. Na toll, jetzt können wir auch noch Feinde von hinten. Guck mal, die rennen. Aber als ob die bei uns bleiben, ne? Ne, die rennen auch zum Arsch. Ja, die rennen gleich los. Oh, Alter. Oh, ich bin tot, Alter. Alter. Hier hat's geknallt gerade. Ah, und hoch, und hoch, und hoch, und hoch. Oh, Mann. Geh'n Deckung, Junge. Ahhhh. Mama. Danke. Boah. Gegner von hinten. Auto. Du brauchst das Medipaket. Ja, Drohne macht. Also hier. Drohne macht. Zack, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein wenigstens eine geschafft. Ahhhh. Das hat gebumst. Na, das passt jetzt eh grad, dass wir die vorgewenden, ne? Na. Richtig gebumst hat es gerade ja. Zack. Wegeflankt. Gebasht. Aber richtig sterbe. Voll getasht. So, gut, Leute. Ja, wie gesagt, also das mit dem... Das mit der Propaganda tut uns wirklich leid. Ihr habt es ja gesehen. Also, keine Ahnung, wo da ein Schlüssel ist, was wir da hätten machen müssen. Genau. Vielleicht finden wir das beim nächsten Mal. Oder schreibt es in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht wartet es mal an der Stelle. Genau. Oh, oder das? Na, also. Oh, da haben wir Medipaket. Ob das schon coolt? Ja, ja. Alles gewollt. Also, alles mehr gelootet hier. Ja, ja. So. Also, wenn es ums Looten geht, Daddy, da mal ganz schnell. Ja, ja. So, der besten. Wir können nichts, aber das können wir. So, wo rennst du hin? Wo bleiben wir die stehen? Ich wollte schon weiter rennen. Okay, sorry. Das gibt so viel zu erleben und zu tun. Wir müssen ja verabschieden, ne? Ja, genau. Wo stellen wir uns hin? Da. Anne. Anne, du machst? Anne. Wo seid ihr denn? Ja. Hier? Hier, es muss eine gute Ortsangabe, ne? Also, da sind wir dort. Da hinten. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mal. Okay. Ja, tschau Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal! Gleiche, gleiche Wälder! Tschüss! Für dich! Bis zum nächsten Mal! Eliminiert jeden Division Agent ohne zu zögern.